Was ist das für ein Baum? Kommen Sie an die Blätter? Was ist das für eine Frucht? Das ist eine Kirsche. Ich komme da nicht ran. Doch, du kommst dran. Du musst nur woanders suchen. Ich glaube, ich kann das Meer riechen. Gibt es hier einen Hafen? Ja. Kannst du die Motoren hören? Das klingt wie bei einem Motorradrennen. Aber das sind die Motorboote aus dem Hafen. Woran erkennen Sie den Unterschied? Sie müssen nicht an Ampeln halten. Ich kann hören, wie die Ölpumpen und die Wasserpumpen gehen. Und da sind Kräne. Vor uns ist dann kein... Und an dem Kai liegt ein großes Schiff. Ich glaube, fast Mario hat uns vergessen. Mario! Ich muss wohl taub sein. Wer hat denn vorhin das große Schiff gesehen? Vielleicht hast du eine Sirene gehört, als das Schiff in den Hafen eingefahren ist. Hallo? Haben Sie geklopft? Nein. Aber ich habe kurz darüber nachgedacht. Dr. Barredo hat Ihre Arbeit in den höchsten Tönen gelobt. Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie Orientierung nicht allein unterrichten dürfen. Das ist sehr wichtig für die Sicherheit der Patienten. Sie verscheuchen damit die Spatzen. Es gibt einen, der immer wieder kommt. Ein eigenartiger Vogel. Wer geht los und findet raus, was die junge Lady macht? Ich mache das. Na dann los. Ohne meinen Stock? Blinde brauchen keinen Stock. Ein paar von uns denken, dass das gelogen ist. Schlagen Sie nicht so fest zu, sonst zerbrechen Sie ihn. Er gehört Ihnen nicht. Sie wissen, wie man ohne Stock zurechtkommt. Glauben Sie, dass ich das auch könnte? Komm mit. Zieh die an. In diesem Laden gibt es keine Besseren. Übervorsichtigkeit zahlt sich nicht immer aus. Manchmal ist es klüger, Dinge schnell und entschlossen zu machen. Alles in Ordnung, Sir? Alles bestens. Was macht ihr denn da? Doktor, wenn Sie teilnehmen wollen, müssen Sie sich die Augen verbinden. Wo wolltet ihr hin? Wir wollten in den Hof. Aber ihr kennt den Hof doch schon. Wollt ihr nicht mal woanders hin? Sie stellen eine Gefahr dar. Sie gefährden sich selbst und andere Blinde ebenfalls. Ich habe vorhin etwas gesehen, aber das ist unmöglich. Zuerst musst du es dir vorstellen, dann wird es auch sprechen. Hat er nicht gemerkt, dass ich blind bin? Nein. Aber halt die Karte nicht verkehrt herum. Okay. Ich bin ein. Ich bin ein. Vielen Dank.